Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Client. Heute geht es weiter mit Alpen und zwar, leicht haben wir, normal haben wir, schwer habe ich angefangen, das Spiel ist leider abgestürzt, ich war schon, ich würde sagen beim dritten Mal so hoch, nee zweit Mal so, ich war schon sieben Minuten, ich habe sieben Minuten gespielt. So, ja, da ist das fröhliche Bier wieder, von 1986, wenn ich mich nicht verlese, diese kleine Schrift darunter, die da, kann ich nicht lesen, gut, oh, was für ein Zufall, dass ich jetzt da gerade hingucke, nein, ja, hm, jo, was für ein Déjà-vu, ja, gut, leider abgestürzt, kann passieren, egal. So, guck mal, ob ich jetzt beim zweiten Mal besser mache. Das letzte Mal bin ich da langgegangen, da lang. Ich gehe auch wieder hier lang, glaube ich, würde ich sagen. Okay, zack, zack. Doch, ich war bis zum Bier, war ich schon. Okay, okay, okay. Oh, mein Gott, wie soll ich denn das machen? Machen. Jetzt mache ich es genau wie das letzte Mal. Oh, es klappte. Dann war es das letzte Mal. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, nie. Zack, zack, zack. Nie. Halt dich fest mit irgendwas. Okay, jetzt muss ich warten. Du, 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 du. Das schmied da sehr knapp. So. Nee, war wieder falsch rum. Ich höre den Zug. Okay. Habe ich noch nicht ausprobiert? Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Oh, schnell. Genau. So. Erst mal haben wir geschafft. Da kommt ein rieser Luftballon. Der schreibt fast die Felsen. Das ist gefährlich. Very, very. Gefährlich. So. Soweit ich das jetzt auch gelesen habe, ist die Kletterzeit jetzt gerade, weil wenn ich hier so stehe und nicht wieder angefasst habe, pausiert. Das heißt also, wenn ihr irgendwie Jump, Speedrun machen wollt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich weiß, ist das jetzt pausiert. Solange ich jetzt nicht den nächsten wieder anfasse. Ab jetzt läuft, soll die Zeit weiterlaufen. Obstimmen kann ich euch nicht sagen. Das könnt ihr ja gerne gucken. Oh, habe ich nicht gesehen. Ding. Was hält sich denn daran fest? Ah ja, genau. Hier. Genau. Hier ist das Spiel abgestürzt, als ich da rüberspringen wollte. Nee. Warte mal. Warte mal. So. Uh. Oh, oh. Jetzt ist das Spiel abgestürzt? Jetzt? Okay. Glück. Hä. Oh mein Gott. Du sag mal. Da ist Bi. Muss ich zu Bi? Okay. Du sag mal. Ach. Ah. Ah. Oh. 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 Ja, halte ich einfach fest. Äh. Ich hab das Gefühl, dass ich hier nicht hin muss. Äh. Ich hab mich jetzt gerade ernsthaft das Gefühl, so ein bisschen. Okay, ist egal. Ist tatsächlich jetzt völlig egal. Ich hänge. Ich hab mich. Ich hab mich. Und ich hab mich. Ich muss doch jetzt safe to be. Kann ich mir jetzt jedenfalls nicht anders vorstellen, statt dass ich das zu be muss. Habe ich mir das noch nicht an der Fond stellen können, aber ich wollte mal was anderes machen. Halt dich doch! Halt dich doch fest! War doch alles schon weg, meine ich. Halt dich fest! Ich bin nicht gesprungen! Ich finde das Spiel sowieso ziemlich merkwürdig in manchen Sachen. Aber 15.766. Schlecht ist gar nicht so unglaublich schlecht. Ja! Silvester! Irgendwas! Und ich habe nur Heißluftballons! Was? Tantziuara? Für was da drunter steht. Precision Timino? Timink? Timink? Kann ich nicht lesen. Fynn! Energy... Brunnen! Energy Drink! High Performance! Fynn! Tantziuara! Der Kuh! Machen wir das noch! Schlecht! Der Kuh! 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 jetzt leider gottes nichts außer dass hier ein paar ich komme heißluferlons rumfliegen also paar viele aber sonst passiert nichts also ab für saft du hast ja sechs stars alps in the climb wir haben über 15.500 also haben wir volle sterne bonus punkte 15 das haben wir three stars geil hier haben wir zwei ist auch okay hier haben wir zwei ist auch gut fortschritt wir haben fortschritt wir haben ja wo seine handschuhe wir haben eine neue armband uhr leophan muster lege 5000 meter durch springen 5000 ok noch eine uhr wenn er alten schwer ohne mehr als dreimal kork zu verwenden hä ok wir haben ein bild haben wir fertig ach geil warte mal was müssen wir dann hier machen klettere 30 minuten lang 7 was überlege ein brückelnden griff ok wir haben ja naja nehmen wir die bald mal gleich paar handschuhe es übertrifft einfach nichts finde ich geil ja gut das war es mit alpen nach kommt noch der norden und zwar eisbrecher genau haben wir noch nicht gut vielen dank fürs zuschauen abonniere mich gibt da oben schreibt den kommentar wie ich das bückeln hat tschüss